Hallo und herzlich willkommen bei Red Hawk Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach mein Ticket und heute habe ich das Spiel My Hero Academy. Genau, viel Spaß. Okay, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich sehe anders aus. Warum? Ich habe gerade aus Versehen nicht aufgenommen. Dann war ich beim Arzt, da wollte ich das Video rendern und habe ich gesehen, ah, scheiße, ich habe es gar nicht aufgenommen. Ärgerlich. Deswegen muss ich jetzt gerade nochmal hier, allerdings habe ich das Ticket schlappen geholt. Sprich, ich muss jetzt nur, ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Habt ihr Zeit? Ein paar Tage, dann kann ich jetzt ein paar Tage das Spiel so durchspielen mit euch. Nein, Scherz. Also, ich werde noch die anderen restlichen roten Punkte, ich habe gerade nicht alle roten Punkte eingesammelt, weil ich dann halt los musste zum Arzt. Und jetzt werde ich probieren, die nächsten roten Punkte, die noch da sind, einzusammeln, wenn ich das schaffen würde, was aber nicht danach aussieht. Okay, das war das. Koop. Okay, jetzt halt doch Koop. Ich möchte kein Team kreieren, ich möchte bei einem Team mit einsteigen. Es sind sowieso viele, die hier schon ein Team kreiert haben. Äh? Der will mich nicht. Ah, okay. Er will mich. Ready. 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 Ich bin ready. Hey, mach doch ready hier. So, so, so. Mensch, hallo. Jetzt geht's wieder nicht. Okay. Ach, Mensch. Finden? My team? Clear. ich sage ja das ist schlimm lief das meine ich gerne hier ein koop spiel haben wir alles haben wir alles da ist ja 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 solo hier komme ich nicht weiter weil mein level zu klein ist das muss ich mal hier weiter spielen 18 von 20 da geht doch noch was ja post auto war hier oben links glaube ich zurücklegen entspannen und zuschauen das problem ist ich habe hier nur einen monitor und daher sehe ich das nicht wie ich mich bewege ja problem ich möchte ein anderer nehmen ich möchte nehmen denen jetzt aber ein jahr auto ist drin ich mache das mal jetzt zu jedem einmal ich habe da ist der google man sage ich jetzt mal hier ist ja keine ahnung ich habe ja nur fünf charaktere daher ist das schnell gemacht und er ist da und er hat das nicht geschafft war der problem eigentlich auch da und darf ich darauf geachtet na gut der hier das war der erste und jetzt kommt er hier der hauptcharakter auto drinnen perfekt wir haben komplett daran rutschen los hauen um das musst du doch schaffen wer ist nur level 30 du bist level 40 da hat schon das halbe leben nicht das kann doch nicht wahr sein und gleich ist dauerst du hast du den schlag nicht bei dem benutzt du voll Horst du glaubst es nicht du glaubst es nicht aber es ist komm weg mit dem Müll, zack kommt jetzt der hier dran Level 40 okay der muss das aber schaffen noch oder? wohl er ist nicht episch, er ist bisschen schwächer Puh, holy shit wer ist das da da? geht es noch nicht? ja genau, hau rein, uuuuuhh 10,28 K Damage, also tausend, ah trotzdem verloren war ja klar, wenn das die epischen schaffen, dann schafft der es auch nicht komm, jetzt kommt noch der letzte äh der hier okay, es ist ein Fernkämpfer, also es hat schon ein bisschen Vorteile äh äh Damage, E4, wupp, was, nur 3800, das ist aber ein E4, ach, das hat abgelaufen, Penalty. Also er macht sich eigentlich gut, Problem ist bei ihm nur mit der Zeit und okay, jetzt ist es auch down, also müssen wir bei dem hier, ist am besten Fankämpfer, also der Bubelmann, ist da sehr gut bei, sehr gut ab Start, da war alles, da war alles, guck mal, die beiden haben wir fertig, ja, da fehlt mir noch, oder ist das, ich habe nur 2 geschafft von 20, das kann natürlich auch sein, okay, ready, ready, endlich, es geht los. So, ich habe einen Bubelbubbelmann, ich glaube, ich kann auch Automatik machen, ich muss nicht selber spielen, der Automatik geht, komplett, was, jetzt schon, hat er einen Schlag gemacht und schon tot, etwa was, 833 Schale, das ist ja cool, passt schon, passt schon, 833 Schale, ready, ready, next ready, okay. Ich kann ja das einfach nicht essen, weil ich habe noch zu viel. Aber, ja, das war ja das, das geht nicht, das kann man machen, solo, ich gehe mal hier wieder rein, das ist ja die letzte Runde, die ich gespielt habe, ich kann 14 Mal, lass mal so, 14 Mal los schnell machen, wo ich nicht selber spielen muss, rush komplett, zack, 1, mach mal so, jetzt kommt die Frage nicht mehr, jetzt geht es direkt über rush, 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 rush. Mein, ach, mein Charakter, ich glaube, ich musste 25 sein, 25 war es glaube ich, 21 muss mein Hauptcharakter sein. Dann machen wir das hier nochmal, skip, 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 jetzt muss ich wieder oder? Ach, muss laufen. Okay. Zehn Minuten. Okay. Okay. Also ich muss ja jetzt so ein Training durchlaufen, ja. Vorher habe ich auch schon ein Training gemacht, dann musste ich Hindernisse ausweichen, jetzt war das da, das war der hier, mit Hindernisse ausweichen, 3 Sterne Gold, war auch ganz cool. Okay. Okay. Auto geht, geht nicht, list. Okay. Das ist ein Finderbigger. Nicht so schwer, ist so langsam. Voll reingesprungen. Das Problem ist, wenn du gedrückt hast, musst du warten, bis er das angewendet hat. Du kannst dir einfach vorher sagen, hier, weglaufen oder so. Nee, das geht nicht. So, jetzt ist er wieder klein, jetzt krieg ich wieder ein bisschen. Geht über die ganze Fläche. Bam! Ey, ich war schon viel zurück, ey. Kann gar nicht ausweichen, oder? Machst du mal doch mit. Den hier. Ach. Na gut. Ah, nicht berührt. Dafür hat er mich getroffen. Okay, jetzt ist er da. So einfach. Exit Stage. Fertig. Ja. Ich würde mal sagen, das war's denn auch schon für My Hero Academy. Ich probiere gleich noch mal ein bisschen, das hier weg zu machen. Ich hab da viel zu viel. Weil ich hab hier einmal 50. Dann hab ich hier noch in den Dingens auch noch 50. Was gibt's doch nicht hier? Bei Dorben. Ja. 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 Die sind ja auch so viele. Ja. 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 Ja... Ja. 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 Verstehe ich nicht, der Quest ist fertig. Kein Problem. Wenn das der ist, nehmen wir auch den, würde ich sagen. Jetzt schauen wir doch noch einmal ein paar nach. Äh, ist das selber? Automatik. Ganz sicher. 50 Sekunden habe ich Zeit. Oder eine Minute war das bestimmt. Hab nicht von Anfang an drauf geschaut. Ist jetzt noch 42 Sekunden. Und wie viel Amage? 11.540. Shit. Nochmal. Aber dann wirklich. Das war es dann wirklich für heute. Was cool ist, auch bei dem Spiel, was allerdings nicht so schön am Computer ist, äh, dieser Kampfstil ohne Automatik gegen andere Spieler. Ja, das ist auch cool. Aber sprich, es ist 3D und dann musst du da gegen die anderen Leute kämpfen. Und da würde ich das besser finden, mit dem Controller oder halt mit dem Handy. Und wie viel jetzt? 17.400. Shit. Okay. Exit Stage. Aber ich verstehe nicht, warum ich hier oben bei dem Ei nicht weiterkomme. Ich hab doch vergessen, was abzuholen. immer noch das Geschenk bei Solo hier. Wann komme ich da nicht weiter? Ich bin Level 22. Ach, die Main Quest soll auf Level 21 sein. Ach, nicht der Charakter. Die Quest. Wo ist die? Ach, nee. Auf welches Level ist die Main Quest? Das ist das Problem, wenn man halt nicht mehr spielt, aber nicht die Main Quest macht, ja? Also, ich mach schon ein bisschen, aber nicht so viel. Analyse. Zack, 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 fertig. Quests wieder abgeben Level 22 Ich wollte doch Informationen doch Gibt's das nicht? Ja Quest komplett Jawohl Ich hab Schuhe So, 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 so Und, willst du noch schneller? Da ist er schon Was ist das? Eine Ratte? Eine Maus? Wenn ich von der Seite sehe Keine Maus Keine Rat Irgendwas anderes Okay Jetzt bin ich komplett ausgerüstet Mein Team ist unterwegs Auch als Auto hoffentlich Ah, das ist jetzt eine 4-1 Jetzt darf ich da rein Jetzt Also ich muss die Stage immer Mit dem Endquest machen Gut zu wissen Ich glaube, ich wusste das auch schon mal Ich hab's nur wieder vergessen Auflegen, zack Wir wissen Bescheid Alles Auto Hoffentlich Ja Das ist so, viel zu leicht Ich bin Level 40 Ich bin Level 18 Okay Nummer 1 Das sind ja, glaube ich, insgesamt 4 Kämpfe Jetzt kommt der zweite Kampf Auto Auto, okay Der schlägt hier Frau Ist das denn eigentlich okay Wenn man Frauen schlägt Wenn sie so ein Auch zusammenschlagen wollen Der dritte Und danach der vierte Der Boss 49 hits 50 hits 51 51 54 56 56 58 Und weg Und wir freuen Also mit 60 Jetzt wäre er dauernd gewesen Okay Und jetzt Der letzte Der letzte Ui, da ist er! Bulvorak! Oh, der ist schön stark zu sein! Der sieht so ein bisschen aus wie von der von Morte Combat. Später hält er den einen so fest, damit die anderen zwei haut einmal so zu. Da wohnen ist er! Der liegt da! Ok, haben wir geschafft. Danke, Maus. Oder was du auch immer bist. Gut! Da, das war jetzt Bescheid. Den haben wir schon. Brauchen wir nicht. Gut. Und alles abbrechen. Ich sage nochmal, Dankeschön für so schon. Ich würde mich freuen, wenn der von nichts dabei ist. Bis dahin, ich euch viel Spaß und dann wiedersehen. Tschüss!